Ab nach draußen, ihr lieben Naturfreunde, die Sonne ruft. Wir haben für euch die sieben besten Plätze zum Genießen der ersten Sonnenstrahlen in der Lüneburger Heide. Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen die Knospen der Bäume und Blumen kitzeln, beginnt eine gute Zeit, um glücklich und frei durch die weitläufige Landschaft der Lüneburger Heide zu schlendern. Besonders friedlich ist es in den frühen Morgenstunden, noch bevor die Sonne über die Baumwipfel luschert und die Vögel die Natur zum Erwachen bringen. Der Nebel umkreist die Wachulder und verschwindet mit den ersten Sonnenstrahlen, die euch erwärmen. Setzt euch auf eine Bank, genießt den Moment und ihr wollt nicht mehr weg. Oder liebt ihr das Spiegelbild von Sonne und Wolken auf einem Gewässer? 63 Seen erfüllen euch diesen Wunsch in der Lüneburger Heide. Die Landschaft zieht euch mit jedem Schritt in ihren Bann. Lasst den Blick in die Ferne schweifen, während ein lauer Wind Wellen über das Wasser zieht. Eine Requisite haben die von uns aufgezählten Kulissen gemeinsam. Eine, die wir uns nach den dunklen Monaten so sehr herbei wünschen und euch dort auf die Nase scheint. Die Sonne. Wir haben alle Informationen zu unseren Sonnenplätzen in der heutigen Videobeschreibung verlinkt. Also schaut unbedingt vorbei, plant den nächsten Ausflug in die Lüneburger Heide und vergesst nicht den Sonnenschutz. Lasst die Sonne in eure Herzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte ein Like und Abo. Danke!